hey ho youtube und herzlich willkommen zu meiner wie versprochenen 1 review zu rocket raccoon und zwar halte ich hier in händen das variant cover das auf 666 exemplare limitiert ist und mit fell bestückt ist man sieht es hier im licht ganz gut also es fühlt sich auch recht weich an es gab jetzt auch noch ein variant cover was auf 333 exemplare zum gleichen preis angeboten wurde allerdings finde ich das hier mit dem fell so cool dass das andere mich nicht interessiert hat und zwar erwartet die einen keine ernste serie sondern eine lustige serie mit rocket raccoon und gut das ganze wird von scotty young geschrieben und gezeichnet und zwar sind hier direkt zwei story plots einmal dass sich seine ganzen ex freundinnen von rocket zusammen tun um ihn umzubringen wollen und das noch ein doppelgänger von ihnen unterwegs ist der mord begangen hat weswegen rocket raccoon in den knast gehen soll das ganze wird sehr lustig erzählt es wird auch sehr gut erzählt gezeichnet von scotty young immer sehr viele details auf den bildern und ich möchte euch jetzt nicht so sehr was die story angeht weg spoilern auf jeden fall ist mit viel witz erzählt und geht so in die richtung wie die harlequin serie die bei DC comics aus der zeit läuft mir auch sehr gut gefällt genauso wie die harlequin serie finde ich auch die rocket serie hier sehr viel lustiger wie das was aktuell bei deadpool so erzählt wird und dargestellt wird sehr sympathisch geschrieben erlebt hat so eine kleine reise hier und man trifft auf macho gommes den kennt man aus der deadpool serie da hatte der mal einen kurzen auftritt und die ganze story lebt hat auch von den zeichnungen wie hier diese doppelseite wo man rocket und gut verfolgt wie sie hier von seite zu seite von gegen zu gegner stellen richtig cool wie gesagt so viel will ich euch nicht wegspoilen ich kann nur sagen kauft euch dieses comic ist es halt echt wunderbar erzählt und gezeichnet um euch die zeichnung zu zeigen es hat immer mit liebe zum detail gemacht und halt mit viel witz zu coverwahl ist zu sagen dass sie weiß von motiv ja nicht das was ich am schönsten fand allerdings fand ich das mit dem feld so cool dass ich das genommen habe ansonsten ist das standard cover noch recht cool dann fand ich das andere variant cover war mit abstand das beste und ja hier sind auch noch ein paar körper drin die mir besser gefallen hätten aber wie gesagt das feld hat für mich hier alles rausgeholt und kauft euch dieses comic das kostet im normalen als nicht variant glaube ich 12 99 wenn wir jetzt hier das variant haben möchte das kostet dann 20 euro allerdings hat man kommen wir kennt haben mich schon erzählt dass es komplett vergriffen ist das feld variant ich habe versucht von freund zu organisieren hat auch nicht funktioniert auf jeden fall so ist es wahrscheinlich jetzt schon was schwerer zu bekommen vielleicht hat euer komik kennt das noch bei sich liegen ansonsten auf ebay wahrscheinlich jetzt in ein zwei monaten zu überteuerten preisen vielleicht vertue ich mich da auch mal hinterher geworfen aber davon abgesehen das ist ein cooles comic ich gebe den ganzen dinge vier von fünf ist halt lustige unterhaltung mit sehr coolen zeichnungen und ist gerade für jeden den egal das interessieren sehr empfehlenswert bis zum nächsten mal haut da rein